unsere energie ist echt voll noch was möchte ich jetzt oh moment, kommt hier gerade die oma angetackelt, nein, da bist du hier, hi die data disk 1819, age of darkness hattet ihr nicht früher mal mit mir geredet? soweit ist die entwicklung wohl doch noch nicht ganz anyhow, wie auch immer ohhh church seek out ja von mir aus, lass mich einfach in die mine can you discover what this thing has? ok datadisc 2 wobei, ich hab noch, oh wow wow, einer hi wobei, ach manch, verhalten wir jetzt ich brauche alte teile stein, sand, kop, kopfer amn h ah Level Up Das wird ein langer Gang Die haben sie auch nicht kein Glück Das war die Ambition Mist Wohwohwoh Die haben sie auch untergefallen Dreck Wohlang 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 Sehr gut Da ist was Alte Züchsen So 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 Was ist das? Power Stone Ich brauche noch mehr alte Teile Kommt ran hier Nicht genug Stamina, scheiße. Oh Mist, so 19 Uhr, der macht wieder seine Übungen. Ein altes Teil habe ich gefunden. Reicht das schon? Nein. Nicht genug Material, scheiße. Was kann man hier kraften? Was kann man hier? Was kann man hier? Was kann ich eigentlich auch selber Möbel herstellen? 20. Scheiße, mein ganzes Holz, was ich hatte. Oh Gott, bin ich dumm. So, pennen. Ding Dong. So, Repetition Points minus 15. Weil ich mich immer noch nicht bei allen gemeldet habe oder was? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Dann schauen wir doch mal, wir wollen eine schnuckliche Truhe kraften Was hauen wir dafür weg? Fünf! Plattieren wir die hier So, dann können wir mal die Dinger reinpacken Samen rein Alles was irgendwo Blödsinn ist, rein da So, haben wir doch wieder ein bisschen Platz gemacht Was gibt's hier? Post, schon wieder Wohne Norden sind es zu nötig Lass mich in Frieden Irgendwo muss noch eine Oma sein, die mich treffen möchte Ich bin im Map Ähm Einfach einen Meet & Greet Die Oma ist dann draußen an der Mühle oder wo? Na gut, dann besuchen wir mal die Windmühle Tralali Tralali Tralala Tralala Ich bin so glücklich Einfach Ich bin so glücklich Ich bin so glücklich Ich bin so glücklich Ich bin so glücklich Und jetzt kann ich dir etwas geben so ich werde noch mal in die mine gehen ich brauche noch mehr von den komischen alten teilen so 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 Wow. Beschissene alte Teile, wo seid ihr? Nicht mehr an dem Turm so hoch. Wieder ein Level Up. Sehr schön. Na, da, disk. Up. Na, da, da, da. Na, da, 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 da. Ah. Ja. 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 Eins, gleich noch daneben. Scheiße. So, und raus. Da habe ich ein altes Teil noch gefunden. Sollte jetzt das Ding fertig sein. Wo bauen wir es hin? So, was kann ich jetzt damit machen? Coverblades. Craften. Powerstone. Aminell ich hier nicht, aber... Einen haben wir ja hier. Hör. Hör. Ein Tag zwölf Stunden würde dir Powerstone reichen. Hör. Hör. Dump weg. Noch nicht ganz fertig. Hör. Energie ist tot. Können wir da irgendwas machen? Hallo. Wieso? Einen Tag. Hör. ok dann vergesst wir es mal guck ich mal ob ich die herstellen kann Blenderbox Herbelmixtur heute im Katalog Wasser Tank Brummel 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 Ich glaube da kann ich jetzt erstmal ins Bett gehen wenn ich schon mal dabei bin wird kontinuieren nein muss ich hier irgendwie selbstständig speichern ich weiß es gar nicht Ding Dong Dong ach jetzt lefst ok dann würde ich sagen ich mach Feierabend für heute ich sag tschüss und tschau bis zum nächstes mal bei Mein Time at Portia so oder so ähnlich ich sag tschüss 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 bye bye tschüss 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 tschüss